herzlich willkommen die leute auf youtube weil wir sind im live stream und spielen day of the tactical die remastered version in der letzten folge haben wir den verrückten professor zum einschlafen gebracht und wollen doch jetzt mal gucken ob wir diese kombination rauskriegen für den safe um den vertrag zu unterschreiben und ihn dann geld zu bekommen so wir nehmen das ganze auf dr fred edison steuerverhandlung bitte kommen sie mit wir würden gerne mal ihre bücher einsehen oben das band ist am ende schwimmen wir mal zurück dr fred edison steuerverhandlung bitte kommen sie mit wir würden gerne mal ihre bücher einsehen oben so wir machen das ganze mal so spulen noch mal zurück aber es ist auf langsam gestellt und dann sehen wir eine kombination dr fred edison 101 999 57 glaube ich die letzte zahl stand da ja auch noch mal dass wir den vertrag kriegen so vertrag nehmen den vertrag wenn wir direkt untersuchen die gruppe auf der zimmer aus dem ersten teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes genie ist er denn jetzt schon unterschrieben oder nicht wir gehen mal nach oben die zimmer sind wahrscheinlich unwahrscheinlich dass sie da sind da auch kommen wir mal oben gut dass wir dr fred nebenan schon eingewickelt haben was das rote band wird ihn ganz gut beschäftigen verstanden wahrscheinlich müssen wir hoch und jetzt erstmal den dr fred fred edison wieder befreien also da war ja ein fenster das frei war ja viel hin und her gelaufen das spiel und ich gehe jetzt schon schnell durch weil das kenne ich noch ich habe das spiel schon mal durchgezockt aber remastered halt so oh oh hey wo ist er hin da bist du es gibt keinen kommen vor der steuer fahndung dr fred schläft wohl noch besser nicht was könnten wir sonst noch machen dann wollen wir erstmal wieder rüber schauen wir doch mal bei den anderen vorbei ich glaube sie braucht erstmal wir brauchen erstmal das abbild des zentakels soweit ich weiß ja ne man musste die pistole austauschen so war das dafür müssen wir nach oben und dem einen typen sage ich will eine kanone haben da komme ich von hier nicht dran hallo ich bin bernhard wer bist du dwein deprimierend oder vielleicht kann ich dich aufheitern oh ich kann es kaum erwarten warum pfeifst du nicht einfach ein lustiges lied ich habe eine pfeife erfunden die die lippen grün färbt niemand mochte sie vielleicht hilft etwas gymnastik als ich das letzte mal gymnastik machte habe ich meine milz verrenkt lass uns über philosophie reden gut hier ist meine philosophie das leben ist komplett sinnlos speziell meins okay wenn du dich nicht aufheitern lässt keine sorge ich würde nur wieder depressiv werden wie kriege ich die nette musik spielen sie hier oder es ist aus der fahrstuhl klassik serie es scheint so als ob dieses lied den ganzen tag läuft ich war noch nie so deprimiert na super puh du siehst deprimiert aus was hat dich darauf gebracht schlaumeier die pistole war ein richtiger knüller ich habe eine krise kummer ohne ende ich bin ein neuheiten designer ich hatte ein paar gute ideen der explodierende lutscher juckende schwarzpulver umgedrehte 3d gläser und vieles mehr das problem ist niemand mag meine entwürfe ich hab's überall probiert aber keinen interessiert's ich wünschte nur wenigstens einer würde die sachen gut finden einmal nur ich mag deine designideen nun ich meinte nicht dich dann eben nicht hallo bitte ich bin zu deprimiert zum reden ich will diese scheiß pistole haben da komm ich von hier nicht dran wir brauchen diese pistole aber wie nochmal ich weiß nicht was an der explodierenden Katzenschüssel falsch war hallo bitte ich bin zu deprimiert zum reden naja wird wohl nichts bringen haben wir da noch irgendwas das ist zu schwer für mich alleine ich will die welt nicht erobern oh oh sieht so aus als ob es klappen könnte genau so war das doch oder? wow wow das ist laut jawoll darauf habe ich gewartet hmmm deaktivieren wir wieder hui und dann holen wir uns das Teil mal ich glaube damit konnte man irgendwas machen so es ist relativ schwierig ich habe es lange lange nicht gespielt und bin gerade wirklich überlegen wie das ganze nochmal zusammen ging und vielleicht sollten wir auch einfach mal raus gehen haben wir noch gar nicht es ist auf der anderen Seite des Fensters also vielleicht auch mal diesen Vertrag es hat keinen Zweck wir haben den Einsendeschluss verpasst aber wenn wir den Vertrag vielleicht runterspülen würden und Hogi den wegschicken lassen dann wäre der ja viel zu früh da und das ganze wird sich vielleicht auflösen so da haben wir den die Zeitgeschichte hier ok ich habe es weggespült Hogi ja wir müssen natürlich jetzt erstmal wieder runterlaufen mit Hogi das ist natürlich so eine Sache die dauert ein bisschen und ich meine wir sind momentan an einer Stelle wo wir mit einer nur was machen können mit einem aber mit zweien lauf mal direkt durch so das sind die Verträge und ich werde jetzt sie sind brillant was für ein Design kommen sie sofort nach Baltimore bei ihm noch ich weiß dass die hier einmal rüber müssen zu ihr schon mal eben richtig machen was hat sie noch das Skalpell da bin ich mir nicht sicher und ähm hier war noch irgendwas was vor der Dosenöffner so und das nimmt sie bitte auch direkt weil sie muss nachher was öffnen ein paar Sachen wie gesagt weiß ich ja aber nicht mehr alles Stream ist heute auch sehr ruhig aber na gut achso wir wollten ja den Brief wegschicken gucken wir mal ich glaube nicht dass das ohne Briefmarke klappt wir brauchen eine Briefmarke wir brauchen eine Briefmarke wir könnten aber erstmal das Öl wegbringen gehen ah exzellent das brauche ich für meine Superbatterie so Essig und Gold hmmm sieht aus wie ein Generator angetrieben von einer Tretmühle ja das brauchen wir momentan definitiv nicht es klebt am Boden fest es klebt wirklich am Boden fest es gibt glaube ich was womit man das ich glaube dieser Zettel musste auch noch nach Hogi ich glaube den sollte der abgeben für die wenn ich mich nicht irre aber dafür müssen wir natürlich jetzt wieder relativ lange laufen man konnte früher das oh unterdessen diese Gründungsväter machen mich verrückt alle paar Minuten ein neues Fahndesign sobald ich mit diesem Ding fertig bin mach ich ihnen eine Fahne ob fertig oder nicht oh wir sollten uns ein bisschen beeilen mit dem Fahnendesign so wir gehen mal eben ganz kurz rüber vielleicht sollten wir nochmal mit dem Addison Typen da sprechen aber als erstes geben wir das hier mal ab genau wir brauchen eine Briefmarke eine Briefmarke kriegen wir aber normalerweise ganz locker von dem Briefmarkensammler bestimmt im neuen Sinn nach einer der Wund äh ähm Junge ist das still hier drin vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagsbox Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George. Wenn du meinst. Klar. Wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh, hier ist ein Vorschlag. Da steht, George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben soll. Was meinen Sie, Gentleman? Ähm, was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja, es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Und wir haben einen Staubsauger in der Zukunft gekriegt, glaube ich. Oder? In der Zukunft wohl nicht. Wahrscheinlich in der noch weiteren. Wir sind ja jetzt in der Gegenwart. Wahrscheinlich wirklich in der Zukunft. Ich kann ohne einen neuen Diamanten nichts machen. Hm. Es ist mit dem Chrono John verbunden. Gehen wir erstmal zurück. Haben wir hier noch irgendwas? Hallo, Herr Tentakel-Typ. Es ist Zeit. Wollten wir doch mal hier mit denen sprechen. Dr. Fred? Sind Sie das? Was? Du spinnst. Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren. Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit. Also wer sind Sie dann? Ich bin Seth Edison. Das ist meine Frau Settler und mein Sohn Fett. Schön, euch zu sehen. Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven. Die Haustiere. Und ziemlich schlechte darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer. Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Wie war das mit der Menschen-Show? Es ist eine Farce. Genau das ist es. Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makramee wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin... nur ein Mensch. Moment. Sie dürfen betrügen. Du nicht? Okay, aber da gucken wir wahrscheinlich auch nicht weiter. Dann werden wir mal gucken, da wäre erstmal eine Briefmarke kriegen. Das wäre vielleicht das Sinnigste daran. Um halt den Vertrag abzuschicken. Ich glaube, dann sollte doch hier mal endlich was funktionieren. Hier brauchen wir auch noch jemand. Vielleicht das Skalpell. Dann müssen wir nachher noch mal Gassi gehen. Ich glaube, wir brauchen auch die Münze noch. Hey, fassen meine Marken nicht an. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine... äh... nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Wahrscheinlich stimmt das sogar. Süßer Hamster. Kann er Kunststückchen? Nein. Es ist einfach nur da. Ich hatte mal einen richtig tollen Hamster, aber... irgendetwas... passierte mit ihm. Der braucht wirklich mal ein bisschen Bewegung. Nun, manchmal benutzt der es in dem Keller zum Arbeiten. Manchmal. Aber dann schwitzt er und wird nass. Und dann wird ihm kalt und er weigert sich zu arbeiten. Dein Vater oder der Hamster? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich... Ich werde sauer, wenn Leute Witze über mich machen. Ich meinte ja nur... Oh, das macht mich wahnsinnig. Ich möchte einfach nur... ausbannen. Ich will ausbannen. Ist schon okay. Ich hab ja meine Briefmarken. Ja, der Hamster ist schon eingefroren. Das hab ich letzte Folge gemacht. Hm. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Ja, wie bekomme ich nochmal die Briefmarken? Und das ist jetzt gerade... Ich sei mit dir. So einen wie dich habe ich noch irgendwo in der Garage. So, jetzt könnten wir Maniac Mansion spielen. Wahnsinn. Hm, Start. Ja, ich glaube... Wir lassen es dann doch erstmal. Maniac Mansion ist jetzt auch nicht so wichtig. So. Wir haben auch schon die Kombination und alles rüber geschickt. Die Statue ist getauscht. Also der Chaos ist gerade im Chat. Der kennt das Spiel auch ein bisschen. Wie sagtest du doch gleich, war der Name deiner Frau? Sandy. Ach ja, was gibt's? Seid ihr Brüder? Bei der Steuerfahndung sind wir alle Brüder. Wer ist euer Schneider? Sehr witzig. Was habt ihr mit Dr. Fred gemacht? Wir haben ihn ehemann sicher verstaut, während wir seine Bücher prüfen. Nein, du kannst ihn jetzt nicht sehen. Und denk nicht mal dran, irgendwie zu versuchen, ihn zu retten. Ich schaue mich nur um. Bleib sauber, Junge. Sagtest du, du hättest dort an der PP41 dies und jenes Erklärung liegen? Ich glaube, wir brauchen unter anderem das Geld von Hoagy. Er hatte doch eine Münze, oder? Nein, hat sie eine Münze? Auch nicht. Aber vielleicht können wir das Skype-Pale benutzen. Huch. Das tat weh. Na gut, aber nichtsdestotrotz die Folge ist schon wieder zu Ende. Deswegen sage ich danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.